Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Let's Play Live Show. Toralas, auch an dich. So, ähm, was, wo, was, was, was gab es für die Playstation 2 und für die Xbox und PC, das Ding? Ähm, was war das denn? Mein Magen? Oder es gab Bohnen? Ja. So, dann schauen wir mal, was uns hinter der Tür erwartet. Na, und Alex, und willkommen zu Let's Play Live Show. Und willkommen auf Rapture. Nein, bei Soma. Oh nein, der Bildschirm wackelt schon wieder so. Da kommt der 100 Pro, da ist gleich irgendwas. Alter Schwede. Oh, eine matschige Textur. Sehr schön. Ja, noch mache ich mal wieder meine lustigen Sprüche. Wie immer. Eben hier den Bildschirm ein bisschen abnicken, damit ich ein bisschen besser im Bild bin. Spiel. Spiel endlich. Okay, will ich hier eigentlich sein? Ich weiß es nicht. Ich... Okay, das Spiel lädt. Will ich hier... Das Rettungsfahrzeug suchen. Wir müssen das Rettungsfahrzeug suchen. Ah, guck mal. Hui! Was das wohl mal gewesen ist hier, würde ich gerne mal wissen. Fliegt der links auch, der Löscher? Hui! Okay. Hui! Uncle Bob! Ja! Was? Kommen Zombies oder ein Kragen? Kragen zum... Was? Kragen zum Mies? Nee, ich glaube, die kommen nicht vor. Okay, mehr geht nicht. Okay. Das ist noch alles vor dir, ja. Ich will hier gar nicht sein, bin ich ganz ehrlich. Ich will hier gar nicht sein. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Da war schon wieder das scheiß Vieh mit den Augen. Ja, vielen lieben Dank für den Follower und willkommen zur Let's Play Live Show. Vielen lieben Dank für den Follower. Scheiße, das... Ich weiß auch nicht, ob das auf Licht reagiert, das scheiß Vieh. Wo ist es hin? Mah, pah! Geh weg, geh weg! Geh weg, geh weg! Geh weg! Mach die Sche... Mach die scheisse Tür hoch! Ah! Mach die Scheisse Tür zu! Ha, ha, ha. Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Das dass Big Daddy wahrscheinlich. Mit 1000 Augen! Ich will hier nicht sein. Wie geht´s dir? Wen geht´s? Wem geht´s? Mir? Mir geht´s grad total gut. Ja, super geht´s mir. Scheiße, wie soll man daran vorbeilaufen, ey? Die süße Omi vom PTE. Omi, bist du's? Warum hast du so leuchtende Augen bekommen? Ich mach mal das Licht aus, vielleicht liegt's auch daran. Ich renne jetzt einfach durch, ist mir scheißegal. Ciao! Kann man die Tür zumachen? Ja, kann man, kann man, kann man. Mach die Tür zu! Geht nicht, scheiße. Scheiße geht nicht, scheiße geht nicht. Scheiße, 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 scheiße. Wo ist das Scheißvieh? Wo ist das, 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 wo ist das? YuuhiiiiiiiiiiiiiiIIiii Scheiße! Uaaah! Komm 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 Lauf, 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 lauf. Ich weiß ja nicht, was das Ding mit uns macht, aber ich geh jetzt erst mal hier lang. Ich hab keine Ahnung ob ich richtig laufe. Nein, Sackere, Scheiße! Naaaaan! Geh weg! Alter, geh weg, du bist hässlich! Ih! Hier, nimm die Scheiße! Hier! Es ist genau da, es ist genau da, ich weiß es, ganz genau. Ich weiß es, es ist genau da. Es ist genau da, ich weiß es. Es ist genau da, ich weiß es. Ich weiß es, es steht genau hier. Nein, doch nicht. Ciao. Alter, wie hässlich ist das denn? Geh weg, ge 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 weg. Das hat uns anscheinend noch nicht bemerkt, Gott sei Dank. Wo ist es hin? Töte es! Wir müssen es irgendwie austricksen. Verdammt, scheiße. Ich muss mal einen Schluck Mut antrinken, Prostsam. Woah! Töte es! Geh weg, 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 geh weg. Der hat uns. Wow. Man, geh weg. Ciao. Oh, hoffentlich klappt das jetzt. Hoffentlich klappt das jetzt. Muss ich hier rein? Nein, muss ich nicht. Wo lang muss ich, 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 wo lang muss ich. Was, wo, was, wer, wo? Mach die Tür zu, mach die Tür zu. Scheiße, geht nicht. Scheiße, geht nicht. Was, was, was? Geht hoch! 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 Oh nein! 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 Das ist hier! Alter, Alter! Das ist hier unten! Das ist hier unten! Ich bleibe zu! Oh! Ha! 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 Was ist jetzt? Oh, was ist denn? Was ist denn da? Au! Ich will nicht mehr! Oh, du hast es geschafft! Das ist viel besser! Mal sehen, ob wir das Ding nicht mehr gehen können. Ja, nachdem was ich auch erlebt hab gerade. Alter! Oh, warte, was? Sicherheitslocken blocken das Vessel, sind Sie schuldig? Was? Oh, meine Nachbar denken, oh, der hat an einer Pfanne. Ich meine, hab ich ja sowieso. Da ist ein Hackfleischhackender Zerhacker. Ach, hassender Zerhacker. Ladebildschir. Was ist stabiler. Was ist stabilisieren das Land. Wir müssen es beten, dass das eine Überwärmacht ist. Sieh! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Die 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 ZDF, 2020